Einen wunderschönen guten Morgen meine aktiven Meerwasserfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Sonntagsvlog hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, was soll ich sagen, wieder eine actionreiche Woche gewesen, bin zu nichts gekommen und ja, dann hatten wir leider Gottes ja auch am Freitag, einige von euch werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, ist unser guter Jake Adams verstorben, ja, der Gründer von reefbuilders.com, ja, eine der einschlägigsten Seiten, sag ich mal, wo wir Reefer halt immer sehr häufig draufgehen, neue Infos haben. Ich hatte tatsächlich Anfang der Woche noch mit ihm geschrieben gehabt, weil im Megazoo haben wir ja über die Firma Deltec halt diese Black Edition an Abschäumern vorgestellt und ja, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, den Bericht hatte er noch reingestellt gehabt und wir hatten da auch nochmal gesprochen. Ja, von daher war das dann sehr tragisch, dass ich habe das dann auch am Freitag noch gesehen. Auf Facebook lesen konnte es eigentlich gar nicht glauben und ja, ist aber leider Gottes halt eben so passiert. Ja, auf einem Flug ist er wohl zusammengebrochen, ja, durch einen Herzinfarkt. Ja, ist natürlich schon ziemlich hart, ne, weil er war jetzt auch nicht wirklich alt und von daher ist das natürlich dann, ja, sehr, sehr tragisch. Ja, wie gesagt, so ist das Leben, was soll man machen, ne, wir wissen alle nicht, wann es zu Ende ist, auch irgendwann wird es für euch hier mal der Sonntagsvlog enden. So sieht es leider Gottes aus, ne, und ja, ich bin jetzt da auch sehr gespannt, wie es da weitergehen wird. Und ja, was soll ich da weiter zu sagen, so sieht die Geschichte leider Gottes aus, müssen wir alle mal mit rechnen, kann uns jeden Tag treffen. Ja, ansonsten, wie gesagt, diese Woche relativ stressig gewesen, nicht so arbeitsmäßig, ich habe wirklich gar nichts geschafft. Und war ja dann dieses Wochenende quasi eingeladen bei der Sarah, Sarah Fiena Schrimps, die hatte mich jetzt vor ein paar Wochen kontaktiert und macht ja halt eben in Süßwasser-Aquaristik, Neocaridina oder halt auch Caridina jetzt mittlerweile, halt Süßwasser-Garnelen. Und würde ganz gerne mal jetzt ein Meerwasserbecken haben. Ja, und dann haben wir halt geschrieben, haben geguckt, ja, können wir gerne machen. Sie wollte da ein klein wenig Hilfe haben, hat dann halt gefragt, ob ich da nicht mehr rumkommen könnte. Und ihr dann da helfe beim Einrichten des Beckens und, und, und. Und ja, das haben wir natürlich dann auch gemacht. Und ich habe auch die Kamera für euch mitgenommen. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Was wir da so gezaubert haben, haben wir erstmal den Grundstock gelegt, das Aquarium aufgebaut, Steinaufbau rein, aufgesalzen, Wasser rein, Strömungspumpe. Soweit sind wir schon mal gekommen und jetzt wird das Ding erstmal laufen, aber das schauen wir uns jetzt halt mal an. So, Freunde, und schwupp sind wir schon hier im schönen, wo sind wir hier nochmal? Rheinberg. Rheinberg. Wieder rein. Ja, das kenne ich doch. Wir waren doch schon fast bei den Alpen, war ich ja schon. Fast zu weit gefahren. Ja, Freunde, wie ich euch schon kurz angeteasert hatte gestern auf Instagram, heute bin ich bei der Sarah zu Gast. Und Sarah möchte jetzt auch mal in die Meerwasser-Aquaristik einsteigen und es wird ein Garnelenbecken. Du willst überwiegend Garnelen, glaube ich, halt später mal züchten auch versuchen. Versuchen, auf jeden Fall. Möchte ich die Hohlkreuz-Garnelen, finde ich super interessant, aber du hast ja auch schon von anderen Arten noch erzählt. Ja, ich habe gesagt, es wäre vielleicht mal interessanter, ne, weil die Sexy Schlimps heißen so, ja, die Hohlkreuz-Garnele. Die kann man ja schon nachzüchten, das wissen wir ja. Und es gibt aber noch ein paar andere. Und nächste Woche bin ich dann auch nochmal mit der Sandra unterwegs. Da sind wir da beim Correl Master in Wiesbaden. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht auch noch ein paar schöne Garnelen finden. Da freue ich mich auch schon drauf. Und vielleicht hast du ja dann auch mal Glück, die Garnelen mal zu züchten. Ich bin gespannt. Das wäre vielleicht mal eine gute Sache, weil da gibt es auch richtig schöne im Meerwasser auch. Sind natürlich auch viele, die relativ selten vertreten sind, eben aufgrund, weil man sie nicht nachzüchten kann, ist es dann halt auch immer schwierig. Ich sage mal, die Hohlkreuz-Garnele, das ist so, ja, die gibt es schon bei vielen als Nachzucht, auch schon als deutsche Nachzucht schon zu kaufen. Ja, und wenn du vielleicht es schaffen solltest, auch da noch eine andere Sorte nachziehen zu können, das wäre ja ganz toll, dann haben wir demnächst vielleicht noch mehr. Ja, Freunde, wir werden heute das Aquarium einrichten hier. Und die Sarah filmt natürlich für ihren YouTube-Kanal auch, können wir euch gerne hier oben mal anschauen. Ich verlinke euch die Sarah mal. Und wie gesagt, lasst ihr mal ein bisschen Liebe da und Abo, Liken, ihr kennt das Spiel, meine Lieben. Danke. Sehr gerne. Ja, und ich lasse meine Cam jetzt einfach mal mitlaufen und ich zeige euch nachher so ein paar Ausschnitte, was wir halt machen, womit wir anfangen. Aber ihr wisst das ja eigentlich alles schon. Und deswegen guckt ihr euch das am besten dann genau nochmal bei Sarah auf dem Kanal an, weil die muss das ja komplett filmen, weil sie das komplett auch betreuen muss. Auf jeden Fall. Im Endeffekt. Auf jeden Fall, genau. Hegen und pflegen. Dann machen wir das so, meine Lieben. Ja, dann starten wir beiden. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Genau. So, als erstes mal würde ich sagen, machen wir jetzt einen schönen Aufbau. Oder dieser. Obwohl, das Beste ist immer, wenn man das einfach mal reinlegt. Denn dann können wir nämlich genau gucken, wie das aussieht. Wie das wirkt. Ja, der legt natürlich relativ weit nach vorne aus, ne. Muss ja auch schön aussehen. Ja, ist ja fast wie beim Süßwasser, ne. Wie beim Aquascape gehen, ne. Man muss das schöne Steine nehmen. Also der Stein ist eigentlich schon der geilste, ne. Ja, der ist. Der sieht schon sehr schön aus. Dann hat eine schöne Form. Oder du hast ja sowieso vorgehabt, hinten Rückwand rein zu machen, schwarz. Ja. Wenn du das auch noch schwarz machen würdest, sag ich jetzt mal, dann würde ich eventuell nämlich sagen, dann lass uns den in die Ecke packen und dann hast du hier vorne Platz für kleine Steinchen. Finde ich eine gute Idee. Ja, das mache ich auf jeden Fall auch noch dann schwarz. Ne. Hatte ich eh vor. So, dann würde ich nämlich sagen, dann können wir nämlich da noch kleinere nehmen. Hier hatte ich noch welche rausgeheucht. Die würde ich sagen. Genau. Der ist schön. Der hier ist auch irgendwie cool. Ja. So, und dann immer eigentlich nur darauf achten, dass wenn du so ein Gestein reinsetzt, das kommt erst mal auf eine Glasscheibe, dass kein Sand drunter ist, weil unterm Sand kann das später anfangen zu gammeln. Deswegen macht man den Sand später drumherum beim Meerwasserbecken. Das würde ich so schon lassen. Okay. Würde ich sagen. Sieht gut aus. Die Lampe aufhängen. Ja. Und dann kann man Wasser schon mal laufen lassen. Weil dann packt man nämlich jetzt gleich schon mal Osmosewasser rein, lassen das Becken direkt voll laufen und dann salzen wir nachher noch auf und zum Schluss kommt dann der Sand noch rein. Ja. Und dann kann ich das Becken erst mal drehen lassen, eine Woche. Ja. Ne? Genau. So machen wir das. Geht das? Ich habe sonst auch noch von meinem Greenscreen diese anderen Klammern. Das würde schon gehen. So. So Freunde, wir sind für heute sind wir erst mal durch. Ja, wir haben den Steinaufbau reingemacht, wir haben Wasser reingemacht, Strömungspumpe gesetzt und haben gerade aufgesalzen, Lampe haben wir aufgehangen. Hier nochmal ein riesen Dank an die Firma Acker und an die Firma Daytime für den Support hier für dieses Projekt. Und ja, dein erstes Meerwasserbecken läuft. Ja, ich finde es sieht mega gut aus, obwohl ja eigentlich noch nicht so viel drin ist. Aber schon nur alleine das Reef, also die Steine, ist einfach mega schön. Ich freue mich da jetzt schon drauf, wenn da die ersten Lebewesen einziehen. Hammer einfach nur. Ja, du musst jetzt morgen im Prinzip nur noch warten, bis sich das Salz komplett aufgelöst hat. Dann musst du gleich, das zeige ich dir, ihr kennt das ja alles, ich muss die Salinität ja noch messen. Dann musst du das morgen nochmal überprüfen, eventuell nochmal korrigieren, vielleicht noch ein bisschen Salz rein oder vielleicht ein bisschen Wasser, aber ich denke mal, wenn sind wir drunter in der Salinität. Das kannst du dann noch anpassen. Ja, und dann kannst du morgen den Sand noch dabei packen. Ja, wunderbar. Und dann sage ich dir dann, Ola, wie du das am besten machst, ne, den machst du nämlich vorher sauber alles, ausspülen und dann nimmst du ein kleines Becherchen unter Wasser und lässt den unter Wasser raus und dann kannst du ihn wunderbar verteilen. Sehr schön, ja, perfekt, so mache ich das. Ja, Freunde, dann sind wir an der Stelle jetzt erstmal durch. Wir sehen die Sarah auch schon nächste Woche wieder, weil nächste Woche dran denken ist Halloween Party beim Coral Master in Wiesbaden und ja, da sind wir ja dann auch nochmal am Start dann quasi die nächste Woche und dann kommen die ersten Tiere für das Projekt. Denn ihr wisst, ich besetze das immer relativ schnell alles, von daher können wir nächste Woche da sofort den Besatz reinpacken. Ja, und wir hatten ja auch schon kurz gesprochen, du machst ja auf jeden Fall ein Weichkorallenbecken, werden wir daraus machen, weil es hier eigentlich grundsätzlich um die Garnelenzucht geht. Ne, wie gesagt, gerne hier oben nochmal den Kanal besuchen. Sarah züchtet ja normalerweise Garnelen im Süßwasserbereich schon viele, viele Jahre und möchte sich jetzt gerne mal im Meerwasser versuchen und ja, da bin ich auch schon mal ganz gespannt, ob du das hinkriest. Ja, ist wieder eine neue Herausforderung. Ich habe ja angefangen mit Neo-Caridinas, also mit Leitungswasser und bin dann nach zwei Jahren ungefähr umgestiegen auf Caridinas, also mit Osmosewasser. Und da hatte ich anfangs auch erst mal so ein bisschen Bammel vor, wieder was Neues. Ne, passen die Werte immer alle, aber im Endeffekt ist das jetzt auch alltäglich Brot und deswegen brauchte ich jetzt auch mal wieder eine neue Herausforderung und da freue ich mich wirklich mega drauf, dieses Projekt dann auch weiter zu hegen und zu pflegen. Ja, das wirst du schon hinkriegen, Meerwasser ist leichter wie Süßwasser, würde ich heute behaupten. Ich meine, was sagt ihr, hau es mal gerne unten in die Kommentare rein, aber ich würde behaupten, das kriegst du auf jeden Fall hin. Also wenn ihr das hier, die seht ihr jetzt nicht, die Süßwasseranlage im Hintergrund, wenn ihr das so gut hinkriegt, dann kriegst du Meerwasser auf jeden Fall auch hin. Okay, das baut mich auch. Das wirst du schon schaffen, gehe ich schwer von aus. So Freunde, wir gucken jetzt mal, was ich sonst noch für euch habe hier im Sonntagsvlog und hier sind wir jetzt erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Tja, weiter ist dann noch hier angekommen, diese Woche halt eben eine Lieferung von Oceamo. Der liebe Christoph hatte ja die ICP-MS ausgewertet, hier haben wir auch direkt wieder eine neue bekommen. Ja, und dann hatte mir Christoph ja halt eben die Custom Elements geschickt. Das ist ja so eine Geschichte, da hat man ja halt eben gesagt, wir probieren das mal aus, weil ich weiß nicht, ob alle von euch das schon kennen. Ich finde das eigentlich eine supergeile Lösung, weil ihr müsst euch halt vorstellen, das Ding ist halt, ihr macht eine ICP und oftmals, es kommt ja einfach super oft vor, dass halt die anderen Anbieter einfach sagen, okay, du brauchst dieses Element, jenes Element, ja. Und oftmals sind es ja auch teilweise die Elemente, die halt in riesengroßen Ein-Liter-Flaschen verkauft werden. Ihr müsst dann eine Liter-Flasche kaufen für 40, 50, 60 Euro und müsst eigentlich von diesem Element nur ganz geringe Mengen auswechseln. Da ist das mit den Kasten-Elements in meinen Augen eine echt fortschrittliche Sache, weil Christoph mischt euch das hier an. So wie wir jetzt hier sehen können, ist da halt eine Anleitung mit dabei. Steht dann halt eben genau drauf zu dieser MS, die halt eingelöst wurde oder auch ICP, also es muss jetzt keine MS sein, ne, das Beckenvolumen bei 40 Liter, ihr müsst natürlich korrekt eure Angaben machen, wie viel Liter in dem Becken sind, weil das wird ja halt eben punktgenau umgerechnet, ähm, wird dann hier halt angegeben, was wir hier drinnen haben, was für Stoffe und die tägliche Dosiermenge und, ähm, ja, ihr bekommt das genau von Christoph angegeben und, ähm, ja, ich werde jetzt einfach hingehen, das halt so dosieren, wie es halt hier drauf steht, in der Mengenangabe und dann ist das Becken letztendlich wieder auf Spur, sozusagen. Wir hatten jetzt in meinem Falle, hatten wir ja in der ICP gesehen, dass wir halt auch Sachen haben, die zu hoch waren, ähm, zwar nicht kritisch, aber halt eben zu hoch waren. Gut, die kriegen wir natürlich nicht raus, da gibt es natürlich auch keine Kasten-Elements für, ja, ähm, das muss ich jetzt halt eben selber verbrauchen, ähm, es war halt, glaube ich, der Jod auf jeden Fall, der war es zu hoch, aber da hatte ich ja schon erklärt, letzte Woche eigentlich schon, ähm, dass das einfach nur daran liegt, weil ich den Jod halt eben händig zu dosieren mit einem Tropfen, der eine Tropfen ist aber für 100 Liter eigentlich gedacht und ich habe es wahrscheinlich einen Tag zuvor dosiert und dadurch war es eigentlich noch zu hoch, aber ich dosiere das halt zusätzlich einmal die Woche, weil ihr wisst ja, wie das aussieht, wir kennen ja die Geschichte, dass halt eben mit der Zeit gesehen, ja, gewisse Werte, wenn die halt über eine EZP mal genau gemessen werden, haben wir ja eigentlich immer erkannt, dass Jod meistens zu wenig ist, ähm, kommt halt immer darauf an, was ihr an Korallen habt, was ihr an Besatz habt, etc., ne? Also ich werde das jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren, ich finde es auf jeden Fall eine super gute Sache, also wer da auch mal das Problem haben sollte und hat ja irgendwelche Defizite im Becken an irgendwelchen Elementen, dem kann ich eigentlich nur die Custom Elements empfehlen, weil, wie gesagt, ihr kriegt euer Becken wieder hundertprozentig auf Spur, also genau auf die Parameter und Werte, wo es hin soll und ihr habt halt nicht das Problem, in meinem Fall war es jetzt, ich wollte es euch ja auch einfach nur mal zeigen, wir haben ja gesagt, wir machen das mal, ähm, bei mir ist einfach nur Lithium und Rubidium gewesen, das sind jetzt halt eben Geschichten, ähm, ja, es kann natürlich bei euch auch sein, dass es halt viel, viel Mehrwerte sind, viel, viel mehr Elemente und da finde ich es dann halt eine gute Sache, dass Oceamo sowas halt eben anbietet und halt eben sagt, okay, ich misch dir da eine Lösung an und wenn du elf Elemente hast, die zu niedrig sind, dann packen die da natürlich auch die elf Elemente rein und geben dir eine Anleitung, ich habe das schon mal gesehen bei jemanden, da waren es auch verschiedene oder mehrere Flaschen, das kommt halt immer darauf an, was ihr habt, welche Stoffe können zusammen in die Flasche und 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 und. Aber ich finde es halt echt eine super Sache und ja, wer da mal was haben sollte an Problemchen mit irgendwelchen Defiziten in den Mengenelementen oder Spurenelementen, der kann hier drauf sehr gerne zurückgreifen, auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte. Ja, ansonsten gab es diese Woche eigentlich nicht wirklich viel, ich bin auch hier noch nicht weitergekommen, aber ich weiß, ihr seid ja schon wieder so heiß und wolltet da mal reingucken und ich würde einfach mal sagen, wir gucken jetzt zusammen hier schon mal rein, ich will es euch noch nicht im kompletten Werk zeigen, weil es auch noch nicht ganz fällig ist, aber wir machen mal so ein bisschen Makroaufnahmen, da kann man auf jeden Fall da schon mal reinschauen. So Freunde, dann gucken wir mal rein ins Reef Factory Projekt. Ja, da haben wir auf jeden Fall hier schon mal eine Lobophilia. Ja, wir haben jetzt ganz früh am Morgen, also ihr bekommt auch heute einen ganz, ganz frischen Vlog, bekommt ihr heute hier. Da ich das gestern nicht mehr geschafft habe, muss ich den tatsächlich heute Morgen noch drehen und deswegen ist auch noch hier alles zu. Ich habe das Becken noch gerade auf seinem Tiefschlaf erweckt und bekommt ihr halt mal ganz frische Aufnahmen heute. Ja, dann haben wir hier auf jeden Fall auch noch die schöne Musselaja. Die habe ich ja mit rüber genommen. Sowie auch einige Favias, Favitis, Platoguria. Die sind auch alle noch im Morgenfangmodus sozusagen, wie ihr sehen könnt. Die strecken also hier wunderbar ihre ganzen Tentakel raus. Ja, dann habe ich ja gesagt, dass ich auch alles an Bauer Benkis mir mal so ein bisschen was sammeln werde. Ich habe mir so ein kleines Benkis. Feld hier gemacht. Auch wieder alles Tiere, die ihr eigentlich schon kennt und schon mal gesehen habt, die also immer noch da sind. Die sind jetzt im Prinzip aus dem Kallax Reef hier rüber gewandert. Und sind natürlich auch alle schwerst im Fangmodus, wie ihr sehen könnt. Ja, und da haben wir hier mal so ein paar kleine Makroshots gemacht. Einfach mal nur aus der Nähe gezeigt, weil das Ganze bin ich, wie gesagt, noch ein bisschen am Zusammenrücken. Da weiß ich noch gar nicht hundertprozentig, wie ich das machen soll, was da noch reinkommen wird, etc. pp. Da müssen wir halt mal alles mal schauen. Ja, wie gesagt, da schauen wir jetzt halt mal, was da noch alles reinkommen wird. Ich bin halt auch noch ein bisschen am überlegen, habe auch vieles jetzt erstmal nur reingestellt. Ich muss aber auch hier halt auch noch zusätzlich schauen, dass ich hier noch die Resttechnik verbaue. Wie gesagt, wir wollen ja hier einfach mal ein Refactory-Projekt fahren. Es wird alles an Technik, was möglich sein wird oder was die Refactory zu bieten hat, wird halt eben definitiv in diesem Projekt verbaut. Wie gesagt, wir haben alles schon drinnen zum Großteil, was wir haben. Ich muss jetzt noch halt eben den KH-Keeper zum Beispiel, den muss ich halt noch komplett fertig installieren und einrichten, etc. Den habe ich noch nicht geschafft, der Rest ist schon alles verbaut. Ja, und dann kommen ja da noch zusätzlich Sachen dabei. Es werden ja noch so ein paar Sachen kommen. Sogar dieses Jahr kommt da noch was von der Firma Refactory. Und dann werden wir das ganze Ding einfach mal testen. Wir werden einfach mal schauen, wie funktioniert das, wie läuft das, wie zuverlässig ist die Technik, was wird da alles passieren. Auch hier nochmal ein kleiner Tipp an diesem Rande. Ich denke mal, ihr werdet alle die E-Mail bekommen haben, zumindest sowieso auch die Leute, die schon Geräte der Refactory haben. Diese Woche, Montag, hatte die Refactory ja wie versprochen ihr Statement abgegeben, was halt mit den Gerätschaften passiert ist. Dass es eine Charge halt betraf, wo halt ein defektes Bauteil halt verbaut wurde vom Zulieferer und die haben den Fehler halt rekonstruiert. Und da werden ja jetzt auch halt eben in Deutschland Dosierpumpen zurückgerufen. Ich denke mal, wie gesagt, solltet ihr eigentlich die E-Mail bekommen haben, beziehungsweise wer halt Gerätschaften hat, hat ja auch dann im Dashboard eine Benachrichtigung bekommen. Da könnt ihr noch gerne nochmal nachschauen. Da könnt ihr halt auf eine Website gehen und könnt halt die Seriennummer eurer Pumpe eingeben und halt eben nachprüfen, ob es halt eben der Fall ist, dass eure Pumpe halt eben ausgetauscht werden muss. In meinem Falle kann ich einfach mal dabei sagen, weil war relativ lustig. Mich hatten dann tatsächlich noch sehr, sehr viele über Instagram angeschrieben und haben gesagt, ja, das kann ja nicht wahr sein mit den Pumpen und und und. Und gefühlt jeder muss seine Pumpe zurückgeben und tauschen. Und ich hatte ja an dem Tag, wo wir das Event hatten im Megazoo, hatte ich ja mit der Refactory gesprochen. Die waren ja da, haben mir das auch eigentlich schon alles erzählt, was sie machen werden, die Aktion, dass sie alles geprüft haben, etc. Und ja, daraufhin sind jetzt viele gekommen und haben gesagt, es müssen ja so viele Pumpen getauscht werden. Also ich kann euch nur sagen, ich habe im Prinzip von der Refactory aktuell fünf Dosierpumpen hier. Es sind 3er und 4er Versionen, also X3, X4 und davon muss eine zurück. So, und das ist eigentlich die, die als letzte gekommen war tatsächlich. Alles, was jetzt davor schon war, die älteste oder so, sage ich mal, die erste hatte ich als erstes, hatte ich auch eine X3 bekommen. Die sind ja alle gar nicht drin. Also bei mir ist es jetzt zumindest nicht der Fall. Ja, ich meine, klar, hätte ich jetzt nur diese reine X3 gehabt, dann wäre es natürlich so gewesen, dass ich die hätte zurückgeben müssen. Und wäre dann halt volles Programm betroffen. Ich denke mal, viele, die mich jetzt so angeschrieben hatten und halt auch sagten, du, das kann ja gar nicht sein, das betrifft ja alle Pumpen und und und. Und nein, also wie gesagt, da kann ich ganz klar sagen, bei mir sind es in dem Falle von fünf ist es eine, die da reinfällt in dieses Raster. Und ich weiß halt auch von der Refactory selber, dass sie da auch innerhalb dieser Charge relativ groß in den Seriennummern der Gerätschaften nach oben und nach unten gegangen sind. Einfach nur sicherheitshalber. Ja, weil es ist wie gesagt ein Zulieferer, wo die Refactory nicht reingucken konnte, was sie geliefert bekommt, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, da geht man zur Sicherheit hin, weil man weiß ja nie, was man bekommt. Wer sich daran erinnern kann, wer schon lange in dem Hobby ist, der weiß, dass es damals auch bei einem Pumpenhersteller das gleiche Problem gab bei einer sehr, sehr hochwertigen Pumpe. Da gab es genau das gleiche Problem mit den Chips, wo dann plötzlich irgendwann Fehler auftraten, aber auch erst tatsächlich nach über einem Jahr Betrieb oder so gab es da auch damals Probleme. Und da war halt auch der Hersteller hier innerhalb Deutschlands, der betroffen war, hatte das auch nicht gewusst. Da war im Prinzip auch so ein Chip-Problem, dass da halt irgendetwas falsch gelaufen ist, falsch programmiert. Ich habe da nicht die hundertprozentige Ahnung von. Und ja, wie gesagt, das kann alles vorkommen. Da würde ich jetzt auch gar nicht so einen riesengroßen Wind drum machen, weil ich weiß auch persönlich halt, dass es tatsächlich nur vier Personen betroffen hat in Deutschland. Das ganze Ding ist natürlich, wie gesagt, aufgebauscht worden, bis der Arzt kommt. Und ja, es waren vier Personen in ganz Deutschland. Und es sind hier schon unzählige Pumpen verkauft worden. Also wir reden ja jetzt hier nicht von 17 Pumpen, die in Deutschland verkauft wurden. Ja, so und da sind jetzt halt vier von betroffen. Das wäre ein komplett anderer Prozentsatz. Da geht es wirklich um eine ganz, ganz kleine Menge an für sich. Ja, Freunde, jetzt habe ich auch, glaube ich, wieder genug gequatscht. Der Kaffee ist bald kalt. Wir schauen mal, denkt bitte daran, nächste Woche haben wir, Halloween-Party in Wiesbaden beim Coldmaster. Ich werde auch wieder vor Ort sein. Wie gesagt, ich werde auch nächste Woche die Sarah nochmal mitnehmen. In dem Sinne werde ich mich auch jetzt noch bedanken, nochmal bei der Sarah, bei ihrem Mann. Super Essen gab es gestern. Der Mann hat extra noch 22 Stunden lang, hat er Pulled Pork im Smoker garen lassen. War super, super lecker gewesen. Es war gestern ein wunderbarer Tag für mich. Ich habe mich wirklich gefreut, die beiden kennenzulernen. Es war ganz super Liebe. Wer die auch kennenlernen möchte, wie gesagt, nächste Woche gerne zum Coldmaster kommen. Weil, meine Lieben, denkt dran, der Coldmaster hat ein super geiles neues Futter entwickelt. Hat echt lange gedauert. Und ich kann es schon mal so ein kleines bisschen, kann ich schon mal rausflexen hier. Bei dem Futter geht es sich darum, wir haben, ihr wisst, wir haben oft das Problem und haben schon oft gesagt, Mensch, das mache ich, wenn ich in den Urlaub gehe. Will vernünftig meine Korallen füttern halt, ja, oder halt eben meine Meerwasserbecken mit Futter versorgen. Möchte es aber gerne mit Atemia, Mysis etc. machen. Aber, wie mache ich das? Wie halte ich das Futter so lange halt eben, ja, ich müsste ja halt einen Futterautomaten haben, der Frostfutter füttern kann. Ja, wie mache ich das haltbar? Ich kann es so lange nicht in den Containern aufbewahren. Und hier hat tatsächlich Daniele ein Unternehmen beauftragt, die also wirklich lange, 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 lange Zeit jetzt versucht haben, das hinzubekommen, dass das so konserviert werden kann. Und ich weiß, jetzt werden wieder viele sagen, ah, Konservierungsmittel und, und, und. Ich meine, gut, mal unter uns gesagt, ihr habt ja heute in allen möglichen Mitteln drin. Hier haben wir aber eben genau das geschafft. Es ist ein vollbiologisches Konservierungsmittel, was auf kompletter, natureller Basis basiert. Und ihr mischt halt eben dieses Futter, weil es halt sehr ergiebig ist in den Flaschen, wie ihr es kauft. Es ist zu zähflüssig. Wir können es nicht mit einer zu dünnen Dosierpumpe dosieren. Das hat Daniele schon alles ausprobiert. Und aus dem Grunde müsste man, wenn diese, es gibt zum Beispiel von GL, sag ich mal, diese großen Maxi-Pumpen, mit denen könntet ihr das in der puren Form dosieren. Das würde funktionieren, von den Schlauchgrößen her gesehen. Da müsstet ihr halt eben ansonsten runter verdünnen. Und das ist, weil es komplett biologisch halt auch alles ist und nichts Chemisches oder Synthetisches. Von daher könnt ihr da hingehen, das runter verdünnen mit frischem Meerwasser. Es muss frisch angesetztes Meerwasser sein. Das ist halt ganz wichtig. Warum? Genau, ihr kennt das Spiel, wenn es verbrauchtes Wasser ist, also wenn ich es jetzt hier rausnehmen würde, die haben auch Bakterien drin, etc., das würde sofort mit dem Futter reagieren. Das geht nicht. Ihr müsst also schon frisch angesetztes Meerwasser nehmen. Wir werden euch das aber nochmal im Einzelnen zeigen und erklären und machen und tun. Und wer da halt eben Bock drauf hat, wie gesagt, nächste Woche gern zum Correl Master nach Wiesbaden kommen. Halloween-Party. Und ja, wie gesagt, wer da Bock drauf hat, kommt da hin. So, Freunde, ich bin raus für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr kennt das Spiel, Däumchen ist ein Träumchen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder was auch immer, oder einfach auch gerne zwei Daumen geben wollt, dann macht das in den Kommentaren. Hau die Kommentare voll. Ihr wisst, der gute Algorithmus, der zählt. Leider Gottes heute, von daher sehr gerne auch einen Kommentar da lassen. Und ich wünsche euch noch einen schönen, entspannten Sonntag, meine Lieben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Marc. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.